der hat Juhu, hallo Gartenzwerg. Ja, getroffen, ja, schön. So. Oh. Oh. Okay, das war's hier fast. Da vorne ist noch was. Und der Gartenzwerg natürlich. Ja, ja. Ich komm ja schon. Hier, da bin ich. Was willst du, hä? Ja, gib mir den Schlüssel. Danke. Okay. Na ja, nichts sein muss. Aber dann da auf der Bühne. Okay. Was? Okay, meine Freunde, dann wollen wir mal. Runde 2. Na ja, erstmal das hier einsammeln. So. Mal hier auf die Bühne gehen. Oh, ha, ha, ha. Besorgs Diver. Was kommt denn? Ah. Was ist das denn? Ach, die Hapien. Kommen die jetzt auch? Ich dachte schon, die gäbe sie ja nicht in diesem Spiel. Also nicht das. Hier, là, noch egal. I- Ich habe ja gesagt, das war ein Hapien. Du, 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 du. 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 Oh, so langsam könnte er auch nach Hause gehen. Okay, Raketen. Ach natürlich die. Okay. 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 Nein, nein, nein. Komm. Ach nein. Ach nein. Ach nein. Richtig Fußballspiel. Okay. 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 Nein, nein, nein. Jetzt sind die Raketen. Ho, ho, ho. Mr. Lit noch. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Cool. Noch mehrere, der, ja, Fußballspieler. Die machen jetzt mit der Rakete Platz. Aber die bleiben noch nicht stehen. Das geht gar nicht. Puh. Dann kann ich mal die Bühne anschauen. Das ist mies. So, jetzt hat ihr dran. So, jetzt haben wir die Bühne anschauen. So, jetzt haben wir die Bühne anschauen. Ach, da ist noch einer, aber nicht mehr lange, yippie, na, was haben wir hier sonst noch, äh, mann! No! Stop it! Mrs. No! It was a perfect Sunday morning, but the air smelled of trouble. Something told me this day wasn't going to be a good one. One thing was clear. They wanted to see me. Something about a missing princess. It always is. Suspicious faces stared at me wherever I looked, from every corner of the room. But heck, I decided to play along. Was it the groom? The bloke looked suspicious, just standing there, quietly, almost happy. Or, the king. Hiding his true intentions behind huge shades, with a facial expression that looked like it was carved into stone. Or was it the queen? Nah, it definitely wasn't the queen, though I may have to do some further investigation into her whereabouts. Apparently, the princess had been kidnapped, and they wanted me to save her. They were also very clear about what would happen if I refused to do it. I decided to take the job. Hell, if the princess looks half as good as her mother, who knows, the day could still have a happy ending, if you know what I mean. Well, I'll let it first work on you. So. LOL. TOO! NO. HE Cant do it there. TOO! TOO! 母 Ew. TOO! 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 So ein Fahrzeug wäre doch auch nicht schlecht. Hapje, das war mir klar. Glaub nicht, ich hätte nicht gesehen, wohin du in der königlichen Gemäherung geguckt hast. Denk dran, ich sehe, was du siehst. Und, ja, ich denke, sie sind unächt. Oh. Was soll das sein, Zezil? Zezil und die Prinzessin sollten auf der dritten Insel sein. Ach, das ist ja wohl der Drache. Okay, und das Medaillon auch? Kletter weiter durch die Felsen, vielleicht findest du dann den richtigen Weg. Ah ja, irgendwie finden wir immer den richtigen Weg. Auch wenn wir vielleicht am Anfang falsch laufen. Es ist nicht wie in diesem Spiel, in dem man auch etwas anderes machen kann als schießen. Beeil dich, dann können wir dieses Hurenhaus vom Planet verlassen. Oh, ich glaube, da ist jemand eifersüchtig. Ach, Klorowski oder wie der heisst. Kludoff, Kludowik. Genau, Kludowik. Ich glaube, ich habe den auch noch nicht benutzt. Was sollte ich mal tun, irgendwann? Ja, und jetzt sind wir hier auch auf dieser einzelnen Insel da. Hallo, Habje. Es ist auch spaßig, dass ich nicht runterfalle. Na, das hast du da vorn. Hä, wo habe ich denn das jetzt her? Wo habe ich denn jetzt diese Waffe her? Habe ich die verpasst? Halt da, nein, lass das. Ich will nicht sterben, gleich zu. Let's chase a dragon. Oh, sterb. Halt da, nein, lass ich wiederkauen. Halt da, lass ich mich. Halt da, lass ich noch nicht das. Halt da, lass ich mich. Viel zu viele. Halt da, Mann. Das hat mich nicht schon wieder getroffen. Ja, mit den Federn hier, das sie fahren lassen, könnte man auch ein paar Küssen zusammenbasteln. Aber wer will das schon? Wo ist der zweite Ball? Wo ist der da? Okay, Albino, jetzt bist du dran. Ich sehe irgendwo Punitionen oder so etwas. Ah, schön. Ähm, da unten ist nichts. Okay. Ähm, wo geht's denn da lang? Okay. 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 Ja, das kann ich Bucke brauchen, aber jetzt kommen bestimmt ein paar Feinde. Ja, wusste ich's doch. Ich hab's doch geahnt. Du, 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 du. Was ist der schießt auf mich? Was soll das denn? Komm, warte, da, so, Ball stirbt. Komm, warte, da, so, Ball stirbt. Naja, komm, komm, wieder von hinten, natürlich. Ich hab's doch überlebt. Wo ist hier noch einer? Gut, das war's hier. Dann wollen wir mal. Was ist das denn? Hm. Hier kommen doch bestimmt wieder Feinde. Ja. Du Arsch. Oh. Was? Ah. Ach, die wieder, natürlich. Ich hab's doch nicht Gleiche von vorneest. Du Arsch. Goddraw. Gletschen. Mann, diese Säcke. Das ist viel zu eng hier, da kann ich kaum auswisen. Das ist viel zu eng hier. Nein, 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 nein Man, man, man.